Hallo, mein Name ist Alina Fischer und ich bin Auszubildende bei der Neuen Westfälischen. Und ich zeige euch jetzt unseren Verlag. Ach übrigens, das sind meine Mitazubis. Hallo! Als kaufmännische Azubis lernen wir während unserer zweieinhalbjährigen Ausbildungszeit alles rund um die Produktion unserer Tageszeitung und unseren Serviceangeboten für Leser und Kunden. Das ist unsere Geschäftsstelle. Hier sind wir während unserer Ausbildungszeit im Vertrieb auch einige Wochen eingeplant, um Anzeigen und Tickets zu verkaufen. Hier ist aber ganz schön was los. Was habt ihr denn da drin gemacht? Wir haben gerade besprochen, was morgen und die nächsten Tage in der Zeitung stehen soll und welcher Redakteur welchen Termin wahrnimmt. Und da darf ich mitgehen und das werde ich auch gleich tun. Okay, wir müssen jetzt auch weiter. Viel Spaß! Danke! Während unserer Ausbildung durchlaufen wir neben den verlagstypischen Abteilungen wie Redaktion, Anzeigenbereich und Marketing auch die klassischen Einsatzgebiete für Industriekaufleute wie Einkauf, Rechnungswesen und Personalabteilung. Hallo, mein Name ist Stefan Jansen und ich bin hier bei der Neuen Westfälischen verantwortlich für die kaufmännische Ausbildung. Wenn euch gefallen hat, was meine Azubis euch eben gezeigt haben, dann schickt doch eure Bewerbung an die folgende Adresse. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen! Tschüss! 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 Tschüss!